Einmal die drei Seiten, die kann man von jedem Platz aus anspielen. Und wenn man ein Beat-Produzent ist und während der Fahrt ein paar Beats anspielen will, kann man sich nebenbei hier so ein bisschen künstlerisch betätigen. Und das ist doch auf jeden Fall sehr, sehr witzig, meine lieben Freunde. Jetzt drehen wir eine kleine Runde mit dem Fahrzeug und ich bin gespannt, wie das Auto in der City performt. Bis gleich.